Erneuerbare Energien sind ein Zukunftsthema, betreffen aber heute schon Gesellschaft und Politik. Die Energiewende ist für uns alle eine Riesenherausforderung. Für dieses Geschäftsfeld benötigen wir spezielle Versicherungslösungen. Das ist das, worauf es am meisten ankommt. Energiewende heißt in erster Linie dezentrale Energiegewinnung. Das bedeutet zum Teil enorme Investitionen, die auch entsprechend abgesichert werden müssen. Wir haben uns die Photovoltaikanlage zugelegt, um uns unabhängig von den Stromlieferanten zu machen. Wir haben uns gedacht, dass wenn wir in Rente gehen, dass das eben eine erhebliche Ersparnis ergibt. Gerade wenn man so an die kleinere Generationen denkt, ist das sicherlich eine Zukunftsperspektive. Das haben wir für dich gemacht. Solche Investitionen müssen natürlich auch abgesichert werden. Dafür bieten wir gemeinsam mit der R&V passende Lösungen an. Neben der Photovoltaikanlage wird zum Beispiel auch die Solaranlage für die Wassererwärmung versichert. Im Bereich Photovoltaik haben wir eine der größten Aufdachanlagen Deutschlands versichert. Mit 7,5 Megawatt Peak. In unserer Biogasanlage produzieren wir aus Mais, Weizen-GPS und Rindergülle Strom. Diese Technik birgt gewisse Risiken, wie zum Beispiel Umweltschäden oder einen Maschinenbruchschaden. Und für diese Risiken haben wir von der R&V-Versicherung die passende Lösung. Wir produzieren Strom und nutzen die Abwärme. Mit der Wärme versorgen wir das örtliche Krankenhaus, unser Schwimmbad und die hiesige Feuerbank. Unsere Partner profitieren vom umfassenden Know-how unseres Hauses und werden somit selbst Spezialisten im Bereich der erneuerbaren Energien. Wir begleiten unsere Partner bei den Herausforderungen der Energiewende und setzen auf langjährige Zusammenarbeit. Zu unseren Kunden gehören Energiegenossenschaften und Kommunen. Hier in Rheinsberg versichern wir die Stadtwerke. Wir betreiben ein wärmegeführtes Biomassekraftwerk. Wir erzeugen aus Hackschnitzeln Strom und Wärme. Biomasseanlagen unterliegen einer sehr hohen mechanischen Beanspruchung. Wir sind abgesichert, auch für den Fall des Betriebsausfalls. Wir sind hier an der Nordsee und haben ein Seeklima, ein raues Seeklima, wo der Wind ständig weht. Die Energie gibt es auch, wenn die Sonne nicht scheint. Die gibt es auch bei Regen und bei Sturm. Das sind die beste Bedingungen zum Betreiben von Windkraftanlagen. Schiefgehen kann natürlich, dass da mal ein Bruch passiert. Natürlich kann das passieren. So eine Windmühle ist eine Maschine und die kann kaputt gehen. Die meisten Windkraftanlagenhersteller bieten Wartungsverträge mit an. Diese beinhalten aber nicht alle Risiken, wie zum Beispiel Überschwemmung, Sturm, Blitzschlag, äußere Einwirkungen. Und für diese Bereiche bieten wir die Differenzdeckung an. Neben unseren Standardlösungen bieten wir auch individuelle Lösungen an. Und wenn nötig, schauen wir uns das vor Ort an. Mit unserem Fachwissen schätzen wir die Gefahren der innovativen Technologien zuverlässig ein. Und bieten für jede Anlage den passenden Versicherungsschutz. In der Bau- und in der Betriebsphase. B&V hat in diesem Bereich bereits 20 Jahre Erfahrung. Da sagt noch einer, Versicherungsarbeit wäre trocken. Das ist eine Betriebsphase. Das wäre wieder ansiday. Das wäre eine Betriebsphase. Das wäre eine Geräusche. Vielen Dank.